Da sind wir wieder Let's Battle Halo 2 Uuuuh Mit aktiver Tarnung Ist halt er schon der Schild Diesmal mit aktiver Tarnung Ja, Hügelkönig äh im Phantom König Spiel Ach ok, gut, jetzt versteh ich's Aber das ist ne gute aktive Tarnung, die ist nicht so billig Oh zur Hölle Alter Mann, du Pussy Nein Ah, wieder mal Fehl von mir Wo ist der nächste Hügel? Hügel unter Kontrolle Führung hier ohne Führung verloren Warte mal, ich mach das jetzt so Hügel verletzt Ich find's kacke, dass man da nicht sprinten kann Muss ich dir recht geben Äh, über Reach kann man ja auch nicht sprinten Finde ich auch scheiße Echt? Ich hab ja gestern die Demo gespielt Ich hab die grad nicht richtig gespielt, nur ein bisschen, weil mir das nicht gefallen Hügel unter Kontrolle Ah Ah Ha Hi Hahaha Bett당 Hügel versetzt So wie ich gestern weil ich beim Deck COL beginnt Bällen rum gespielt habe Hügel unter Kontrolle. Das ist geil mit so einer aktiven Taunung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich find's halt nur scheiß, dass man im Hügel dann keine aktive Taunung mehr. Hügel versetzt. Was zur Hölle machst du da? Campen. Nein, nein, ich schau grad, wo du bist. Bauf. Pussy. Immer von hinten kommen. Campen und von hinten kommen. Wie solche Schwuchteln. Das ist schlimmer als mit der Shotgun. Der Shotgun ist aber richtig scheiße. Bist du? Kampfgewehr? Nein, ein Shotgun. Oh yeah. Alter Mann. Hügel unter Kontrolle. Hügel versetzt. Ich werde trotzdem nicht mehr gewinnen. Puck, als du jetzt nach oben gezogen hast. Hügel unter Kontrolle. Hügel unter Kontrolle. Hügel unter Kontrolle. Das ist halt ein bisschen scheiß, weil wenn ich mit meinem Bruder so spiele, die sehen mich nicht, wenn ich aktive Tarnung habe, was ich nicht komisch finde, weil eigentlich sieht man da doch immer so Luftzeugs da. Guck, sieht man hier, da hinten. Du mit deinem Magna-Mäuchler. Oh man, dieser Shotgun, ich hasse sie. Die ist voll überpowered. Total. Wo, wo, wo. Toll. Ist wie der Dildo in Saints Row. Der Dildo in Saints Row ist auch voll überpowered. Oder in GTA San Andreas. In San Andreas. Weißt du wie viele Dildos da gibt? Ich hab noch nie einen Dildo in San Andreas gehabt. Ein Polizeirevier gibt's einen. Wirklich. Okay. 30 Sekunden bis zum Sieb. Bügel versetzt. Ich bin total schlecht. Ja, dafür machst du mich in MC3 immer fertig. Das macht mir viel mehr Spaß. Nein! Mir auch. MC3 ist total ausgenudelt finde ich. Ja, vor allem voll genudelt. Man wird richtig miesen hackert. Ich meine, letztlich Ammo-hack oder so geht ja noch, aber... Die Pussis macht sehr gut. Und Speedhack. Und Speedhack. Und Speedhack. Der Speedhack ist schrecklich. Ich bin total übertrieben. Ja, wie schnell wir sind. Du kannst dich gar nicht mehr treffen. Immer als Bunnyhop ist. Es gibt ja gar keinen Bunnyhop in MC3. Ja, okay. Masaka. 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 Wie hast du dich jetzt ein... Ich hab zweimal dich gekillt, gell? Kann sein. Du bist ein Phenemologe. Einmal. Irgendwann. Hallo. Hallo. Baller mir an meinem Bein. Ja, das war mal wieder ein Fail von mir. Aber wenigstens kann man in dem Spiel auch sterben, indem man irgendwo runterfällt, oder? Nicht so wie in Dead Space. Aber jetzt mal bitte nicht König. Shit. Was? Lass mich mal eins aussuchen, okay? Nein! Nein, nein, schau doch nicht. Mach irgendwas anderes. Was ist? Moorloch. Moorloch nehmen. Komm, wir spielen das. Das ist total. Einer gegen einen. Wo geht das? Mach Ninja einfach. Oh, andere Karte. Ja, okay. Mach halt Karte. Ganz oben. Mach... Gierinnung. Mach Wasserspiele. Oder Gierinnung von mir auch. Was machst du? Was machst du? Ja, was machst du denn? Was machst du? Ja, was machst du denn? Ich möchte das Spiel starten. Ja, ich wollte es ja auch. Und dann ist es so viel länger. Sollen wir das dann auf beide Kanäle auf jeden Fall hochladen, oder? Ja, toll. Ich bin gleich am Anfang Moorloch. Finde ich klasse. Super, du bist der Ninja. Das ist klein, dass ein Ninja aus Japan kommt. Was? Der Ninja kommt aus Japan. Der kommt aus Japan. Ja, ne wirklich zu. Kommt aus Japan. Ist doch alles dasselbe, Kinder und Japan. Nein. Die ganze Sprache ist anders. Die einen der einen sagen sie Hai-Ching-Wang, oder was? Nein. Das ist doch gar kein Licht. Oi, oi, oi. Ey, du Eimel. Sehr verwirrend hier. Irinnung. Shit. Wie machst du eigentlich Halo 1 zum Geburtstag geschenkt? Äh, zu Weihnachten. Zu Weihnachten daneben. Ja, ne. Der darfst eh nicht zocken. Echt nicht. Ja, der darf schon zocken, aber... Warum hast du es ihm dann geschenkt, wenn du es... Gott. Oho! Ja, da kann man ja... Leute hier. Und ich weiß, den wegs ist noch so ein bisschen sehen. Ich meine... Voll Asi! Ich meine guck mal ey, die Crysis, ja? Die ist überhaupt nicht mehr. Du siehst den Schatten von denen. Ja, okay, aber sonst nichts. Super. Ich bin der Smaller und Shit. Du hast den... Super, ich bin Folge aus. Was? Du hast den Radar, du bist unsichtbar, ich hab kein Radar und du bist unsichtbar. Hast du schon gesagt, dass ich unsichtbar bin? Ja, man sieht mich doch trotzdem, wenn du noch übelst, wenn ich unsichtbar bin. Haltest du den Sniper, würdest du mich wegbomben, aber auf der Map ist hoffentlich keine. Du läufst in die falsche Richtung. Ja, ich möchte ja auch hier hin, Moment. Was machst du? Ich schau auf die Kamera, wie es aussieht. Ach so. Penis! 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 Penilililililililililililich. Ich jag, ich jag, ich jag, dich! Obwohl du mit einer Banshee bist, will ich so ein Faschist. Faschisten sitzen auch in Banshees. Ich weiß. Banshee ist auch ein Auto in GTA. Echt? weil weil du du bist unsichtbar jetzt die Entschuldigung die ist so das ist so scheiße was Erik ich bin hier nur gerade auf der Stoff gekommen verwirrt Erik was spielst du gerade überhaupt wer den Pediskuch was? Game Guy? das ist das geile Kampfgewehr Bild ich treff dich gar nicht weißt du man muss ja gar nicht nach jetzt bin ich ja der Moloch ha wo ist das Kampferloch ist was? ein Moden da jetzt ziehe ich sie ab jetzt wo noch ist das Kampferloch ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung 11 Minuten noch echt? ja wo steht das? nein 11 Minuten hier ach so jetzt 12 Minuten kann das Spiel beenden wir mal ist eh kacke ok dann machen wir aber nächstes ok? hm ich hätte jetzt ein bisschen Bock auf Crysis irgendwie warte noch den Kill weil der war geschenkt drin äh was hast du für ne Waffe gehabt? Kampfgewehr die war aber viel schneller als das Kampfgewehr und hat irgendwie Granaten wirken gehört er war auf mich zu penetrieren wenn ich dich gekillt habe also ich schwöre dich ich fiss dich da ist doch wieder sowas mit Kills was mit Kills was mit Kills ok das war jetzt gefickt ok bis zu Crysis